Servus Leute was geht, Jeremy GameStreams hier und ich bin der FNHB und immerhoff der Jesus aufgewöhnt. Ich bin heute Tommy Black Ops 2 und der hat verkackt. Ja und wir machen eine Challenge, der der besser ist, ist besser und ich bin besser und auf allem nur schlecht. Wir sind auf Town. Und der Gewinner kriegt einen Euro, also sprich 2 Euro. Aber er gibt den einen Euro und der anderen Euro sind 2 Euro, macht's ja. Genau, das fangen wir zu tun. Stellschloten! Wotafuchs! Ich hab das noch umgestellt. Jetzt packst du wieder hier das Türchenformat rum. Auch ganz nett. Nichts skaliert. Blech nicht im Wack. Niemand kann das nicht im Wacken. Dann muss man so laut reden, weil das Headset sonst nichts aufnimmt. Doch, das nimmt es auf. Ich denke es bloß, ja. Ja. Selten, aber... Also lass uns das Mikro irgendwo. Lalalalalalalala. Kack's sowieso. Guck's sowieso. Ich weiß nicht. Obst du eigentlich das nicht gut gemacht? Ja. Aber, wenn ich nicht. Ich mach jetzt am Anfang. Ja, wenn wir da sinken, wo Mitteln rein. Ich muss ja am Anfang, gleich. Das ist gelöst, Alter. Oh. Wenn wir machen, sinken. Ja, mit springen. Hup! 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 Boah! Hup da! Das checkst du eh nicht zu machen. Ah, oder? Synchronisieren! Synchronisieren! PROTZIEN! Ja, dann mach halt höher, ein bisschen... ... geht's dann noch rauf. Sphere, Loco, ja. Ich glaub, ich darf Taktik und Sonic sind. Hör, 6, du mal raus. Ja, aber der Ding ist... Ich finde, Taktik und Sonic sind jetzt gar nicht. Wann wär der ein Multiplayer? So, jetzt gobschotten. Dropshot, verdrehen! Ja, komm jetzt um die Zampfe zu. Komm! Wow, das ist alles gellig. Besser. So, jetzt haben wir das ganze mal gedreht! Vielleicht ist es dann nicht besser. Ja, das ist immer besser. Todspur ist bisschen lauter. Komm! Komm schon zur Kiste, geh so hin. Ja, scheiß drauf. Nein, geh zur Kiste, geh zur Kiste. Das tötet dich, das dumme tötet dich! Bring dich um! Ja, nee, der brennt noch. Es ist Spaß. Ja, bitte messern. Dann müssen wir es kacken, dass du jetzt rüberkommst. Es geschafft, ey! Ich glaube, jetzt war ich ziemlich mein Glück raus. Das ist so an. Das ist so an. Ich musste noch kohlen, dass wir den Shishat haben gebracht. Ja, ne? Vanille, Banane! Ey, der dumme Termin hat sich schon tot. Das war mein Bruder, du vorhin. Nee, der muss alles auf seinen Bruder schieben, weil er schlecht ist. Jawohl, geil, die gleich am Anfang. Geil, ja. Das war so geil. Jetzt muss ich erstmal in Munition, aber... Verkackst du's eh bei Runde 5? Ich hätte nicht tun weiter, du. Ich könnte in Runde 30. Na. Ja, beim ersten Mal vielleicht nicht vorfinden. Ja, das erste Mal zählen. Ja. Ja. Ja, schön Ziel. Schönen Rockharten. Einen Mann auch noch. Ja. Oh, schlecht, schlecht. Ich hätte keinen Schaden genommen. Das war... Niemand. Da stehen wir gerade. Zwei Pitches. Ja. Ey, du bist voll fies. Warum hast du die Frau? Ja. Frau und Schau. Nein. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Voller Kuppel. Ey, der ist nicht explodiert gerade. Boah, ey. Ich hasse die Abwandtronten, leider nie. Ich glaube, ich steigle auf Rund 2. Ne, ich hab's ja am Anfang später als du, ja. Ja, da wird aber am Anfang saufen Münzen. Münzen? Ja, außen auf Münzen. Das ist super Mario, der Homo. Boah, Rund 2. Der zweite Mal saufen. Rund 3. Ey, jetzt konntest du vergessen, dass ich früher stirbt mit dem Zorn. So. Ja, es ist so gut. Hingrück? Es ist so gut. Ey, komm, ich bin eigentlich bisher drin. Ja, ja, ja. Wow. Na. Der zweite Mal. Fischbrüder. Das sind sehr hechte. Ja, höchste Runde auf alles. Auf alles. Ja, ich glaube, das war Runde 25 oder 25. Auf alles. Das ist egal. Sonst ist das Zombie. Ich dachte, du wirst die höchste von allen. Ja. Ich bin die Black Ops 2 auf, dann bin ich. Ja, weil ich mir muss jetzt umgehen. Okay, jetzt ist die Brake. Oben. Oh, nein. Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Die Mauer! Die tötet dich! Schau dir nade rein. Ja, warum glaubst du es bist du? Und links. Rechts! Links! 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 Rechts, 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 rechts! Da war auch ein Hütter. Du siehst du auf dem Kopf an? Du Hintuch! Das ist das Schreu noch! Auf Englisch ist das viel besser. Kopfhinter! Das steht auf Englisch und glaub ich, das wäre so gut. Frohle! Der Dahl geht nicht mehr. Da kam es nicht mehr. Da nicht, du musst da ganz zurück ins Hauptmögliche rum! Ja, tu am besten könnten, dann müssen wir das nicht in der Runde rausbekommen. Habe ich recht? Kappt! Es gibt Konten zu hoch. Na. Doch, hier ist es am besten. Wo ist der scheiß Zombie-Man? Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Ich will wenigstens rumschreiten. Warte doch, da geht er doch. Der hat einen durchgezogen, und den kannst du nicht überhaupt abknallen. Ich hab das. Außer scheiße. Ich tue aber ihr im 1911 weg. Ich tue aber ihr im 1911 weg. Ich tue auch Patschen, das sind Sally und Kerobeer. Sally und Kerobeer. Das sind Fall die Brau-Pistole. Ich muss dann und Sally vor. Das muss ja immer, ich gucke mal ob ich es jetzt nicht weiter zwischen uns prostieren kann. Ja, habe ich doch gesagt. Wumm! 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 LLT! LLT! Wieso, es ist da, oder? So besser. Hallo Mikrofon, Mikrofon, Hallo. Ja, die Sally schärts nicht immer noch. 1 anabhängig steigern dort wir haben damit bei mir leckte es ja auch nie ich bin da noch ein PC irgendwo was wir als auch schweizert werden haben wir schon gewechselt Das ist das Einzige, was nur das bleibt. Nur die hab ich mag nicht mehr. Das ist so viel Puppe, das ist auch nicht. Die können gar nicht so viel Schuss. Wer hat die mehr Pong? Äh... Ich glaube das ist gut. Er hat eigentlich mehrere Schiffe. Wir werden die Gegner scheißen. Ich kann sie mir auch scheißen. Geht überhaupt nicht an. Das ist ein Zombie. Ja, die haben ich keine Ahnung. Ja, ich glaube das ist die. Der ist mit Doppelpumpe. Ich bin tot. 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 Was machst du denn? Ja, das ist nicht mehr... Keine Ahnung. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich glaube noch. Ich mache das. Jetzt machst du deine Web-Trains. Ja. Ja. Ich bin tot. 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 Alles für Weihnachten. Alles für euch. Abwend ein Zombie brennt. Ein, dann zwei, dann drei, dann vier. Und dann brennt alle zum. Vier. Vier. Nein, rein zu sein. 4. 4! Genau, 4! Erst 1, 2, dann rein, dann 4. Ja, ist noch nie. Kannst du noch mal einen Juggernaut kaufen? Ich fange die halt. Jetzt doch nur mir das noch mal wieder zu sehen. Natürlich. Ich fange die glaube ich auch nicht. Schließen sie für sich und auch ein paar Arschen. 2-2. Mach ihr 2-2! 3-2. Egal. Wenn die Zoll nicht durchgehen, dann muss es eine Tür sein. Ja, schau mal, das ist eine Tür rein, weil da unten so ein Ding dran ist. Das ist eine Tür. Spitzkohler. 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 Nur für den Win. Spitzkohler. In der Schule. Hat einer einen Spruch loslassen. Ein Sameer sucht ein Sameer zum Ein-Samen. Ich check es. Also behindert ein bisschen. Das ist auch lustig irgendwie. Oder die Frakozzi, die ist so behindert, die hat an einer aus meiner Klasse einen halben Punkt wenig gegeben, bloß weil er statt Darf Können geschrieben hat. Und ihm hätte ein halber Punkt gefehlt für den 2. Der Staat kann das machen, aber der Staat darf das machen. Wege dem... Das ist eigentlich das selbe eigentlich. Wege dem hat es ihm noch einen Punkt gegeben. Und der Mühle hat auf seine Ex draufgeschrieben. Irgendwie, wach mal noch. Einmal, äh, äh, ich hab nur ne Nase. Oh scheiße, er hat ne Nase! Und dann auch Stirbkartoffeln. Das ist so ein Schwarz. Ich hab's zu dir gesagt, wenn ich's nochmal machen, dann krieg ich's so ne Glatz 6. Das sah los, nirgends. Das war ja die Kotz. Ja, das ist echt gut. Die mag eh keiner. Die wollten, wir wollten letztens mit so einem 1 drin, äh, im Unterricht behalten, aber wir haben 4.1 Schule gehabt. Und wir sind einfach alle gegangen zum Glück. Ja, wenn man das, äh, wenn man da bleibt, dann kriegt die Klasse. Ich weiß. Und was war nix, also. Ja, trotzdem. Doch, der Bär. Das hast du vorher auf Youtube gesehen. Kommt überall. Mit dir Rufen machen. Die ganze Kills, hab ich so verkackt. Ich hab nur vom Köln. Das kommt ja wieder der Lake. Ja, da ist er schon wieder. Das gibt's nur mal Ich bin bestimmt früh los beim Oooh Return add Deswegen LPUEN Nein BaldRAT Leillailla** Lass Tommy in Neatür sino wenn die drin war dann war's dumme Die Tür Da lag die Tür Da ist der Fenster Das war ne Türe. Schieß immer einfach nur auf die Köpfe. Ja, ja. Da sieht man schon wie du schummelst. Ja, das brauchst du gerne. Brauchst du schon kacken, oder? Ja, 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 ja. Ich gehst drauf. Was ist denn drauf? Ich hab den gerade mal rein. So, so laufest du jetzt ja wieder ein Kuss. Du warst nicht der erste. Du musst schon mehr, oder? Ja, du musst schon die Wand abschlecken. Oh, da kommt was. Du hast den Crawler gemacht. Ja. Von dem Crawler gestarkt. Alter. Geht schon mal gut los. Was? Das passiert mir ja immer so, dass hier am Anfang. Kehrt den gleich dazu? Ich bin... ich hab nicht so viel Gnade mit Armen. Ich hab die Viecher und ich bin so beinahe mit Geschwister. Die Crawler passt da vorne hinter dir. Da, das ist... das ist der Türe, du Pedo. Das ist... das ist... das ist... Guck mal hin. Da ist die Tür. Das ist die Tür. Ist das? Wenn du den Pummel da... das Ding wegballerst. Die Beine. Das ist die noch hinter der Türe. Dann krabbeln die so hoch und hauern die Bretter mit einer Hand weg. Was ist das? Oh, was ist das hier? Gut... Du musst Red Prints laufen. Red Prints! By the way! Ich weiß nicht, weil du noch verkommst. Du kannst mal da, aber es gibt eigentlich 2-Stone auf dem Nepp. Scheune! Scheune! Scheune!